Servus Leute, kleiner Reminder, letzter Reminder, übermorgen ist es soweit, Samstag, 5. Oktober von 9 bis 13 Uhr am Vormittag, Pyrotreffen bei der Firma Actifier, Autobahnabfahrt ins West beim Hartlauer Turm, ich packe euch alles in die Videobeschreibung, kommt vorbei, wenn ihr dort vor Ort einkauft, kriegt ihr 12% davon einen Einkauf, der Kollege Pyrotrefer ist dort, ich werde dort sein und wir können quatschen über Feuerwerk oder über was auch immer, was ihr uns fragen wollt, wird mega geil, jedes eingeladen und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Leute, wie gesagt, Infos in der Videobeschreibung nochmal zusammengefasst. Das war's schon von mir, schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich übermorgen. Ciao.